moin leute und herzlich willkommen hier auf meinem kanal dann bei die mit aktuell super mario party für die nintendo switch eine mini spiel episoden folge mit mini episoden ja die gehen nicht lange und wir legen auch direkt los leute wir uns jetzt mal ein game aus ich verziehe mich mal nach unten rechts und wenn es euch gefällt daumen hoch aber nicht vergessen und wir gehen jetzt mal weiter hier mit roll routiners ja bin ich gespannt was das nun wieder ist ihr seht auch leute ihr könnt hier meine hand sehen meinen controller alle die neu hier sind oder gerade einschalten so hat jeder mal so ein kleiner einblick wie das ganze funktioniert wir müssen uns vor bewegen links rechts und zu hinten neige nach vorn zu beschleunigen hohe gras und pfützen bremsen dich und lenken kann ich doch auf die auch oder ja weiß ich nicht ja kann ja gut müssen wir gucken ach so ich kann hier auf meinem bildschirm ja komm joge vollgas ja wir müssen mal gucken ja das ist so ein bisschen übung man kann ja schon so ein bisschen üben damit wir so einen kleinen einblick haben und jetzt nicht komplett versenden ja läuft leute geht los wünsche euch jetzt viel spaß hier mit roll routiners können die controller sehen das ist wahrscheinlich richtig krass ich will nicht durch das ganz hohe gras schiebt mich durch schiebt mich durch ja komm ich weiß auch nicht ich bin ein bisschen aufgeregt leute da man spiel fällt das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen aber das nehme ich mit oh shit 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 ja läuft 29 48 perfekt ja mario das sind wir habe ich in dieser episode tatsächlich vergessen anzusagen mario sind wir unsere gegner damit super mario rosalina und diddy kong und wir spielen hier tatsächlich in dem modus sehr stark das ist der stärkste modus in super mario party habe ich noch nie gezockt und wir spielen hier auch komplett gegen ki ups dass ihr auch bescheid wisst ne kündige es uns früher an aber ich war so in dem trainings modus drin vorhin dass ich das komplett vergessen habe tut mir leid leute wenn es euch gefallen hat daumen hoch und abonniert meinen kanal wenn ihr es schon gemacht habt ich danke euch vielmals für den support wünsche euch ebenfalls viel spaß beim zocken leute geilste hobby der welt bitte bleibt gesund und ich hoffe wir sehen uns hier wieder auf meinem kanal bis dahin euer daddelbuddy haut rein